Am 1. Juli 2017 veranstaltete der Schwesternverband in Ottweiler das Nachbarschaftsfest des Wohnen für Kinder und Jugendliche. Hier konnten alle Freunde und Nachbarn gemeinsam einen schönen Tag verbringen, egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Natürlich gehört zu so einem Fest auch ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm dazu. Wir von der zweiten Chance Saarland traten mit Tanz, Trommeln und Musik auf. Passend dazu hatten die Besucher des Festes die Möglichkeit, unsere Workshops zu besuchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017